Musik Ja, auch. Ich hab gehört, du hast geheiratet. Hast du ein Bild von deinem Mann da? Von uns beiden. Ich hab dir von ihm geschrieben. Bekommst du meine Briefe? Ja. Ella, ich möchte, dass du noch etwas für mich tust. Ich hab nämlich eine Tochter. Ich möchte, dass du für sie sorgst, falls mir was passiert. Ich werd für sie sorgen. Das weißt du. Das ist nicht dein Ernst. Weißt du, wie spät es ist? In einer halben Stunde kann fertig in die Kanzlei eingeführt. Schau dich doch mal an. Das ist lächerlich. Ich... Na, musst du jetzt heulen? Ja. 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 Ja.